was geht ab leute heute ist wieder am start mit road to platin ich hoffe ihr hattet einen schönen tag ich hatte ja keinen schlechten tag ich konnte mich jetzt nicht beschweren bin gerade in der a9 abteilung beim cnc polieren bin ich gerade die es nicht wissen ich mache fein optiker es ist recht lustig muss man sagen es ist nicht schlecht man kann sich jetzt nicht beschweren darüber ja recht solide ich hoffe euch geht es gut ich weiß nicht ob ich das schon mal erzählt habe was geht mit den trend ab egal wie ihr gerade seht ich bin gerade wieder im jungle mit bei was erstes geben so richtig eigentlich recht gut lief was gehen wir denn drin haben es wäre so geil wenn er richtig wenn der trollen würde es ist so premium aber mir wäre es egal in den sinne ja wir nochmal zum thema zurück wie ihr seht im spiel dabei bottom ist eine ash und blitzcrank in der mitte in der ari und doppel in jace gegner team wir gerade schon gesehen habt den trende mal dass ich executen lassen hat daheim bitte mit der kröne unterstatten den master hier im jungle einen craves und tarik bottom und eine katharina in der mitte definitiv sehr interessant mal schauen um was abgeht bei den spiel letztes game haben wir ja gewonnen mit maokai das ist ein unveröffentlichtes spiel oben eine ohne kein es ist ein unveröffentlichtes spiel um die du den best senten seo ein das ist natürlich kein veröffentlichtes spiel oben was ich sagen will das letzte game was gespielt habe war mit maokai stimmt und danach habe ich noch maokai spiel nochmal nochmal ein maokai game gemacht und bin da disconnected weil weiß ich nicht weil ich mich nicht reinlassen wollte oder was auch immer und ja es war sehr komisch muss ich sagen sehr 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 komisch und ich wusste gerade selber nicht was da abgeht weil das halt sehr komisch war muss ich ehrlich sagen gut haben wir unsere normale jungle ruhe gemacht mit den viele dazu killen aber jetzt meistens immer auch mit japan und so viele gehen ja machen wer buffen buff dass sie dass sie nicht gejungelt werden mit dem bachs aber ich sag mir so eine scheiß drauf aber ich habe schon in dem sind ein bisschen scheiß drauf weil es geht ja ab ich wollte erst mal schön schön auf dem freien mann mache ja erst mit dem bach hier mit den standbar weil er ist eigentlich gut muss sagen es meint hier dass ich gleich im bach links hat hier geht dann eventuell gleich top lane weil er hilfe braucht anscheinend und ja das war es jetzt eigentlich könnte es ja gleich top lane gucken das kann ich ja top lane machen groß dann komme ich komme hier so ich weiß auch nicht ob er hier irgendwie wartet ich hätte ich aus kill noch bekommen weil die kids ist auf immer gut die auf jeden jungler was ich jetzt jetzt mal schon erzählt habe ich gehe jetzt weg und hol mir was wollte ich mir und ich mir das wirklich ja ich glaube schon mal das schauen geil mitte läuft das finde ich schon mal sehr prima finde ich richtig geil so kaufen wir uns jetzt noch ein pink wort damit ich meinen red buff noch wieder warten kann wie immer weil ich weiß nicht das ist jetzt so eine angewohnheit ich finde diesen wort hier sehr op wenn man den hinsetzt wenn man da hier die wischen sieht ich weiß nicht ob ihr meinen mauszeiger seht ja schwachsinnig wenn ich auch gerade zeige hier auf jeden fall meine ich den gang hier hier meintes das hier und das hier das sieht man sehr schön muss man sagen freut mich auch dass das herausgefunden habe das habe ich eigentlich auch nur durch eine show player herausbekommen weil ich mir das film angeguckt habe immer was ich hier sage ich euch kenne den und den stimmt gar nicht jetzt nur nicht dass jetzt meint die ich guck dir nur weil der und den kennt alter wie dieses gleich mal ich kenne nur durchs gucken und ich gucke mir die tipps gerne an muss ehrlich sagen da bin ich immer dafür immer offen für tipps so die geräusche die vielleicht um draußen wird es ist wieder einmal mehr oder weniger das elternhaus wieder hier draußen ein bisschen rumgeistern korridoren ja mein gott ohne mit ihr das anhören die wohnen ja mit hier ja die wohnen in meiner villa ja in meiner villa ist wieder hier meinen ganz großen raum den ich für mich selber habe sehr witzig so ich mache jetzt immer wieder meine diese kleinen diesen kleinen crop schildkröte oder diese kappe da mache ich da schau dir mal was abgeht ich werde höchstwahrscheinlich danach vielleicht mitte ganken oder vielleicht ist er gar nicht mehr da der ist anschein gar nicht mehr da gut job sehr schön wir noch ein wort für den guten tut hier die kappe müsste jetzt eigentlich wieder da sein ja ich so viele da machen auch gleich mal so da ist auch noch schön geworden jetzt schon mal fertig gut der ist gemütet schon mal der drin da weil sowas muss mich gar nicht hinlässt und das sind unsere texte wie er mich da beleidigt nachmachen sind mich ein kinder gaben oder was nur welchen gegengt hat nur weil es ein team spiel ist eben ich werde das wahrscheinlich noch weiter top lenken damit das schon gefühlt wird und damit ja die top len zwar ein sehr toller gang die top aber ihr bekommt jetzt höchstwahrscheinlich gleich von mir den blue denke ich mal ja ich gebe dir höchstwahrscheinlich gleich im blue ja er kriegt nicht nur von mir braucht auch die mana und so ein chance so ein team ein trend würde mal gleich mal gucken ob ich jetzt mal hier gleich level 6 war dann würde ich gerne gleich bottom gehen gehen wir finden was glaubt der crop fehlt ja der crop für das schon ok da habe ich nichts bekommen ok da darf ich mal bottom lane halt top lane halt drinnen alleine besiegt sehr schön weil der mal mitte mit gangen oder so suchen ok hat der gewordert anscheinend ich weiß nicht ob die der gewordert hat oder nicht ich frage gesmited mega wenn so ein bisschen lange gedauert hat aber egal muss ja auch mal seine teamkollegen loben und so weißt du ich kann ja nicht immer negativ irgendwie irgendwie an das ist das ist der scheiß du denkst du nicht aber weiß hätte sicherer ganker scheiße scheiße misst ja miss braucht er braucht warts toppeln, er braucht warts toppeln ich glaube ich halte noch ein bisschen toppeln guuuuut hm, besser nice, ja schön ich werde dann noch red machen jetzt so ja, werde jetzt red machen, schön bottom vielleicht bin ich da, passt auf hier ist der so, ich geh jetzt back, hol mir jetzt mein item und danach baue ich wieder auf tank wie immer eigentlich wie immer mein normales item wird, weil wie gesagt tank ist für mich die beste rolle im moment eigentlich die beste rolle aber jetzt für das item bild, das ist halt total genial muss man einfach so sagen bin ich theoretisch genial wir haben jetzt zwei kills noch bekommen, es läuft eigentlich recht gut muss ich sagen, dafür schön early gankt halt bottom war ich noch nicht einmal aber egal, das ist jetzt, finde ich jetzt auch nicht so schlimm muss ich jetzt ehrlich sein muss ich jetzt ehrlich sein oh oh scheiße okay okay pfff wess hm 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 die schleiers und dass hier dann wo ich tipp nicht Dein Turret wurde gestorben. Komm auf, auf, Ari. Ich bin meine eigene Hintergrund. Oh, Mann, warum bin ich da noch geflasht, Alter? Es ist so dünnlos. Warum bin ich da noch geflasht? Das hat es überhaupt nicht gebracht. Das hat es wirklich gar nicht gebracht. Warum ich da geflasht bin, ehrlich. Das hat es wirklich nicht gebracht. Boah, total useless. Von der Lüft, dann kam... Oh, mein coming, cute. Alter, wow. Ich komme... Oh, wie nice. Das können wir machen, Alter. Ja, komm, tue den. Das ist kein Ultimo, das nicht. Nice. Nice. Oh, ich brauche noch ein bisschen. Ah, ist das schön, der macht zu viel damage. Ash. Das können wir ja auch nicht machen, Alter. Oh, lass mal den weg hier Yes, nice 6,1 6,1 6,1 Ah, der macht zu viel Damage ist einfach so krank, heiler Boots, heiler, hau ich dir auf den Boden, heiler Hört hier aus Lass es, lass es Nice Nice timing, nice timing, heiler Nice timing Ich komme, I'm coming Yo, mach mal den Boden So Alter, schade, schade Nice crab Ah, ich brauch ein bisschen länger hier Kannst du immer einen Crap'n oder so, das wäre richtig neu, heiler Kannst du immer einen Crap'n oder so, das wäre richtig neu, heiler Ja, hier ist Top-Plan, ey, die haben übrigens die Blut-Split-Bus-Taktik, das ist ja total Upfuck, heiler Mega Upfuck Ja, hier ist Top-Plan, ey, die haben übrigens die Blut-Split-Bus-Taktik, das ist ja total Upfuck, heiler Du kannst noch mal die Blut-Split-Bus-Taktik Ich bin der Typ, der Typ wird in Perl-Split-Bus-Taktik Der Typ wird in Perl-Split-Bus-Taktik Was ist der Typ, der Typ? Dein Typ wird gestern, sie werden nicht verletzt, sie werden nicht gewinnen, was sie aufgerufen ok oj was wird denn schade yes künder ist da problem wird gepusht sehr schön irgendwann kreppen kannst du das sogar schade es ist ein bisschen er hat eine dufe position muss ich ehrlich sagen ich weiß nicht warum ich geh mal zurück ich geh ganz kurz weg Schauen wir jetzt mal in eine Trinity Eigentlich meine Trinity Meine Trinity Was ich gerade drauf bin mit dem Mauszeiger Dann bin ich an der Überlegung was ich danach baue Ich glaube danach baue ich erstmal noch die Ängste Schöne Spirit Visage Ich glaube Aber ist nicht euer Ernst Hier noch Leute Why? Why? Weißt du die schmeißen das ganze Game bisschen hin Dafür dass sie so schön Wenn wir das alles so schön gemacht haben Ja Ja kann ich ihn machen oder? Oh Das ist ja sehr schön Der Ben wird gepusht So Ja Der geht weg also Hmhmhmhmhmhmhmhmhmhm um niger warum mein gott Ja. Gut! Hehe. Okay, können wir da noch was haben? Ja. Gut Job. Bitte jetzt Mitte, danke. Nice. Gute Job, ey. Können wir nicht mehr machen. Ja, ja. Maybe. Go. Tschau's, Hammer und Drake. Ja, ich hoch, wir müssen mit dem Damage holen, ja. Good Job. Wecker, scheiße. Geh weg, ey, verpiss dich. Geh weg! Geh weg! Achso. Alter, ich helfe dir nicht, aber ich helfe dir nicht. Ja. Ich helfe dir nicht, habe ich gesagt. Ich habe dich zurückgepinkt und ich wollte es nicht machen. Hört ja aus. Jetzt wirst du wahrscheinlich Aris Blut noch weg. Sehr schön. Alter Schwede. Warum diese Tryout-Action, warum? Es ist mir klar, dass da irgendwas gepusht wird, ja. Warum hat es gemacht? Wegen euch! Ich habe einen Scheiß-Split-Push-Taktik, Mann. Ich habe einen Scheiß-Split-Push-Taktik, Mann. Okay, gut, Salter. Sie werden nie wagen, was ich saubern. 9-1, Alter. Gib mir die Kills! Yes, sorry, Mann. Es war kein Schlimmer. Pass auf. vor immer alle folgen müssen ja gut klar das ist doof aber jetzt gerade für ari das hier um zu dem kündig bekommen hat eine letzte erste jahre hier geht doch den rest nicht macht ja keine kürze ich bin so ein arsch die kürze die kürze nichts nene so nicht da hat es noch ein bisschen kohle der politik und gold das sind jetzt die vögel gewesen die sie mir jetzt genommen hat klasse oder setzt ja hier dürfen leute drin da ist da da hilft mir den typen da kommen sie alle tot ich komme mit eicher gefecht ich komme ich komme job wir führen eigentlich mit kills gerade es ist halt schon geil aber wir machen ja völlig split postaktik ist total scheiße einfach können dann übelst pushen und die können uns übelst reindrücken das ist halt wirklich nicht für einen vorteil für uns gemacht muss man jetzt ehrlich sagen brauchen übelst viele worts weil hier weiß ich nicht da drin da mal die ganze die finden sich meistens nur in uns im jungle haben uns die komplette linie angriffbar gemacht und es hat überhaupt nicht gut ich werde auch höchstwahrscheinlich weil die ist auch viel ad haben nein nein mein freund ich hoffe du kommst wieder ich ehrlich sagen es ist ja sonst sehr tragisch wenn er nicht mehr wiederkommt oder sein nach den jetzt muss man eigentlich ich hoffe der jas kommt wieder spannend spart wirklich wenn er nicht wiederkommen ist es wirklich ein übel geschenkt ist längt weil leute ich den 9 1 kann tanken mache dämmel definitiv und es soll auch so bleiben ja warum war ich verstehe es einfach nicht ich komme ich brauche ein bisschen zeit hier es ist wenigstens alle überlebt das ist wenigstens was mit jace hat man die ist wahrscheinlich gekillt muss aber übelst hängen die bauen halt der drinnen der nervt total dafür die peste wie es nur einer geschwür ja klar dass du nicht bekommst du bist du stark die süße scheiß alter mehr scheiß wir brauchen wards, ja jemand schräg die Kunden oder da also was ist noch da Es wurde, Leute Das war's für heute. Ihr Inhibitor wurde zerstört. Ihr Turret wurde zerstört. Jetzt wird er wieder ein Schwerpunkt gespricht. Ihr Inhibitor wurde auf die Kiste eingestellt. Ich habe die Kiste gewonnen. Ich habe die Kiste auch wiedergefahren. Ich mache das wieder so. nicht so oft die split push taktik ist das bekloppteste was es gibt gut soll er ist tot ja jetzt pushen push 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 I couldn't I strick'm on now barren no barren barren no barren I'm doing this my way is 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 Wunderbar alles, ja. Nein! Geh mir auf den Sack, ey! Geh mir auf den Sack, ey! Das ist zu verlieren! Kürzt mich an, ey! 10-3, 10-3, Leute! Ist so sinnlos, Alter, ey! Ich könnte am liebsten meine Tasse grad vor die Wand schmeißen, so fühle ich mich gerade! Ja, bis zum nächsten Mal, scheißegal! Ich denke, um noch zu beenden! Ich denke mir, wenn ich mich gerade vor ich meine Tasse, drehe den Sack! Vielen Dank.